Musik Mein Erfolgsrezept war, dass wir gesund bleiben durften. Wir haben grösseren Unfall gemacht. Wir haben im Schwingklub wie im Kantonalverband ein super Team. So macht es Freude zu trainieren. Wir spornen uns gegenseitig an. Musik Für diese Saison hoffe ich mir, dass ich unfallfrei bleibe. Dass ich möglichst gesund an jedem Schwingfest wieder nach Hause kann. Und im Herbst findet noch sonst braunenschwingen statt. Und dort hoffe ich, dass ich mitmachen darf. Und dass ich möglichst gute Leistung prüfen kann. Musik 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 Es gibt zwei Gründe, wieso wir so erfolgreich waren in der letzten Saison. Oder die ganze Olympia-Quali. Und zwar hatten wir wirklich ein super Team im Rücken. Wir hatten den Verband, der uns unterstützt hat. Musik Musik Musik